besser als gar nichts würde ich mal sagen dann haben wir mal die kohle hier weg das sind zwar noch mehr aber ist es nicht so wichtig ich denke von 25 ich denke das wird ein cooles let's play themen was hältst du von der bundeswehr und würdest du hingehen auch so in deiner position als zuwanderer was ja meine position als zuwanderer jetzt in verbindung mit dem bundeswirt zu bringen ist ja eigentlich egal also ja er meint wahrscheinlich dass ich für den für die deutschen also dass ich egal sagen wir mal so die bundeswehr muss man so sein wenn man jetzt dahin geht kann man eine ausbildung da machen je nachdem was ist frei kann man sich frei auswählen und und ja da wird man auch ganz schön also auf jeden fall sehr gut bezahlt dafür dass man dahin geht nur der einzige haken ist man muss sich halt verpflichten zum beispiel sechs jahre für die bundeswehr zu dienen und man wird natürlich also auch ins ausland geschickt keine frage und dann ob man da heile wieder rauskommt ist da wieder eine sache aber man wenn man es überlebt alles die ganze verpflichtung dahinter sich hat hat man auf jeden fall extrem viel ja extrem viel geld von der bundeswehr bekommen also ich persönlich würde jetzt nicht dahin gehen ich würde für geld mein leben jetzt nicht so auf spiel setzen und ja ich weiß nicht also ihr könnt ja gerne mal in the comments schreiben ob ihr das machen würdet aber das ist ja natürlich jedem selbst überlassen also ja dann wollen wir mal weiter hier weiter hier im geschäft ja noch nicht mal angefangen unser haus bauen aber das ist ja eigentlich egal wir brauchen werkzeuge ohne werkzeuge geht hier gar nichts machen so wie go back to our workbench wer ist der workbench scheiße die sterben haben wir die unsere sterben jetzt einfach mal ein rohes fleisch so da da haben wir unseren stützpunkt ich denke mal hier wird auch unser haus entstehen so frage spiel black ops 2 hoch muss man schon applaudieren so dann wollen wir mal das weg tun wir fangen mal an was zu bauen ja dann wollen wir mal hier das weg machen minecraft also ich muss schon sagen das spiel wie lange gibt es das spiel schon extrem lange drei jahre oder so und ich bin schon ziemlich früh dabei und hab extrem viel muss man sagen gespielt das meiste also die meiste zeit habe ich wirklich alleine gespielt jetzt nicht nur im let's play sondern auch so alleine früher hat früher extrem gebockt jetzt weiß ich gar nicht also macht jetzt macht immer spaß das spiel aber und der hype ist auch noch nicht zu ende weiß auch nicht warum das immer noch so gehypt wird also jetzt nicht so extrem wie früher also früher musste man schon sagen war es auf jeden fall wurde es mehr gehypt war auch irgendwie für eine kurze zeit bekannter oder wie soll man das sagen aber ich weiß nicht ist schon problematisch geworden aber naja was soll man schon groß dazu sagen ist eigentlich ein klasse spiel muss man schon so sagen weil man da ja man kann schön variieren hier bei dem spiel also ja ist halt so deshalb ist es auch so erfolgreich dann wollen wir weiter so also schweinchen so wir brauchen ein bisschen platz vor haus damit wir ein schönes ähm überlebenshaus bauen können und die meisten die die meine mein microflats play meine microflats play länger verfolgen werden schon wissen wie das haus aussehen wird ähm ja wird so standardmäßig aussehen denke ich mal ähm ähm ja bisschen holz hier in der hood die sonnseite die sonne ist nicht hier drauf hm ach ne wolke ist dazwischen so dann bauen wir mal unser haus und ja man sieht schon äh man erkennt die strukturen meines hauses mein standardhaus soll ja nur zum überleben dienen man kann es ja später ausbauen sagen wir mal so ähm ja dann wollen wir mal weiter bauen oh ja also haben wir mal das hier gebaut das hier das hier oh man sind wir gut also bei wie lange ich minecraft spiele muss ich sagen sind meine häuser wirklich nicht ähm auf dem niveau muss man schon so sagen sind ziemlich schlicht gehalten also ich habe jetzt nicht so die groß größten bauwerke gebaut in meiner minecraft karriere sage ich mal so dann haben wir mal diese ecke und jetzt auch noch diese ecke bebaut ich muss sagen nach dem haus nachdem wir das haus fertig haben muss ich auch die aufnahme wirklich leider stoppen ich meine für euch ändert sich hoffentlich nichts aber für nur für mich weil ich habe man merkt schon dass ich schnupfen habe und das macht mir eigentlich nicht so viel spaß ich wollte nur für euch ein paar videos produzieren oder ein zwei videos um euch zu sagen ich bin nicht tot und ja so dann bauen wir mal das hier so so ähm 3 4 3 4 kommt hier die doppeltür so leider habe ich keine werkzeuge und ich werde mir auf jeden fall noch eine map für minecraft raus so die ich jetzt playe so like island mäßig weiß es noch nicht irgendwas so mal sehen was ich da so finde äh ja heben wir mal den boden aus dann haben wir das schon mal hinter uns haben wir einen vornehmen eleganten boden so und ja ihr müsst ja nicht unbedingt kommen kommentarfragen in die kommentare schreiben müssen jetzt keine frage sein können wie gesagt fragen themen ähm irgendwas also alles mögliche ist gern gesehen solange es noch äh sinn hat okay so 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 ähm ja dann noch das äh däschlein würde ich mal sagen aber dafür müssen wir noch eins höher gehen damit wir dann auch äh drin platz haben so 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 dann haben wir das noch hinter uns und unser überlebenshaus ist dann auch fertig äh so so mit dem aber dafür haben wir das mal mit einem texturumpack gebaut weil wir hatten ja früher immer meine craft und ist ja auch ein bisschen LW geworden denk ich mal äh weil ja dass jeder kennt das kennen auch ein paar aber nicht alle und wurde auch nicht so oft gesehen in let's plays sag ich mal und deshalb ist es auch denke ich mal besser das hier zu benutzen gefällt mir auch persönlich mehr und hat irgendwie hat irgendwie was minecraftiges muss man schon da sagen so haben wir das jetzt mal gebaut das hier mal auch ohne werkzeug ist es auf jeden fall sehr ekelhaft so dann würde ich mal sagen holen wir mal die workbench ins haus damit wir auch ne tür zwei türen ahhh das ist nämlich erschreckt ey mit nein 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 pfff ach ne äh wählt du auch explodier bitte nicht oder creeper ahhh diese epische Musik ja ja nein bitte äh ich muss ja ich darf ihm ja nur nicht in die augen schauen da tut er mir auch nix boah ich hab so angst boah ich hab so angst so die wird natürlich auch später aus Eisen boah ich hasse ähnter boah sicherheit boah krieg ich gänsehaut sooo dann äh wollen wir mal die aufnahme ähm wenden ähm ich hab wirklich schnupfen und es ist äh langsam nervig geworden und ich hoffe in der nächsten aufnahme dann ohne äh ohne schnupfen äh aufzunehmen so dass es mir dann mehr spaß macht und dann freue ich mich dann auch auf euch auf eure kommentarfragen und man sieht sich äh im nächsten video haut rein euer petrit ich bin draußen haut rein euer petrit ich bin draußen